Neos sprechen von unkoordiniertem Gießkannenprinzip bei den Corona-Hilfen. Sie fordern in einem dringlichen Antrag einen Wirtschaftsexperten als Koordinator für alle Hilfsmaßnahmen. Wir haben das Vertrauen nicht in die Kompetenz, und das sage ich ganz klar, der Regierenden, das sind teilweise Ministerdarsteller, wenn sie so wollen, dass sie uns gut aus dieser Krise hinausführen. Alle Oppositionsparteien wollen außerdem einen Corona-Unterausschuss, um die Auszahlung der Corona-Hilfen zu überprüfen. Vielen Dank.